Meine Leute, Willkommen zu Saints Row Together mit Dr. Werewolf. Und mir. Ich bin hier Batman. Nein, du bist Nidler. Ja, ich bin ein Nidler. Wut! Ich brauch keinen Fallschirm um zu überleben! Okay, ich brauch anscheinend doch einen Fallschirm. Wie sie einfach umgefallen ist. Er steht einfach da und ist ein Wolf mit grünen Zähnen. Nee, grünen Innen Ding. Stop raping me! Mach ich gar nicht. Ich steh neben dir. Oh, ne Bierflasche! Ne, nein! 8,7! Ich muss sie halten. Danke! Willst du auf mein Smartphone gehen? Moin! Oh! Du verlierst einfach deine Maske wenn du einsteigst. Ich hab verhindert, dass du die Tür zu kriegst. Sie ist zu. Oh! Zum Glück hab ich nur 20 Frames wenn ich fahre. Das ist glaub ich... Ich hab 14, 15, 13, 11. Das Traurige ist ja, er spielt auf WX9 und ich auf 11. Ja, ich hab vorhin auf 11 gespielt beim letzten Part und man hat gesehen was draus geworden ist. Also hab ich mir gedacht, hey, ich mach mal lieber wieder auf deinen Schnorz. Ja, deine FPS ist viel besser. Was? Deine FPS waren besser. Nein. Meine FPS waren scheiße oder so. Wann sind die nicht scheiße? Äh, ich bin aus der Winterscheibe rausgeflogen, weil du gegen die Typen gefahren bist. Bin ich nicht? Doch bist du. Bei mir bist du dagegen gefahren. Was? Zum Glück leck das Spiel. Ja. Zum Glück bin ich deshalb da rausgeflogen. Zum Glück leck das Spiel übertrieben. Ja, zum Glück koste ich einen Server für einen 1K Leiter. Ja, das läuft schon. Was für Welle, ich boxe dir in den Arsch. In den Arschboxen, AKFisten. Hehehe, diese Bengels. Alter, wie es ruckelt. Aber es läuft besser als auf Derrick X10. Hey, yo, ich bin auch hier. Was sollen wir machen? Haben wir es hergeschlagen? Nö, wir haben eine Welle geschafft. Park mal. Aua. Oh mein Gott, hier hat gerade ein Standbild. Du hast Stand... Du hast mal Standbild da. Ja, aber ich rede hier oft. Bei dem Spiel. Wenn ich mit der roter Photoshop offen hab. Oh, ja, da ist natürlich okay. Ich war schneller. Dann brauch ich einen Granatwerfer und du nicht. Ich brauch keinen Granatwerfer. Ich hab meine AK. Meine schöne P90. Peng peng peng. Oh. Peng 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 peng. Nigger. Peng peng Nigger. Ich hab ihm gerade drei Kopfschüsse gegeben. Äh, okay, ich sollte nicht zu Autos hingehen, die explodieren. Warum eigentlich nicht? Ja, weil das nicht so gut ist für meine Heilsanzeige. Krass. Was hab ich denn Postman Seen abgefragt, die Waffe ich gerade hab? Krass. Hey, report you. Ihre Portio. Moment mal, die zweite Welle geht das anderthalb Minuten. Oh mein Gott. Na läuft doch. So, das war doch der Part. Er ist aus dem Auto geflogen. Ja, ich will auf das Auto rauf. Wer hat da versucht, du dummer Wichser? Machst du wirklich grad Dauerfeuer oder hängt nur der Sound bei mir? Du machst grad Dauerfeuer, ja. Wo ist denn der Kerl hin? Au. Äh. Tut mir leid, äh, Fan. Ich nehm gerade auf. Das ist ein Fan von mir, der hat mich angefragt auf Steam, der mich da gerade links, rechts unten zubombt. Mit Nachrichten. Das ist ein Fan von mir. Hab ich direkt irgendwas ausschaltet? Ja, doch. Ich hab's aber vergessen. Ich denk nicht immer an alles. Machst du wirklich gerade Dauerfeuer? Nein. Ja, ich krieg das nämlich mit. Das hört sich aber so an. Oder mach ich Dauerfeuer angeblich, laut Sound? Ne. Ebenfalls hast du Dauerfeuer gemacht, aber jetzt nicht mehr. Ja. Ja, ne, also... Der Sound hängt bei mir. Bei mir machst du die ganze Zeit Dauerfeuer vom Hören her. Das hört sich halt so an. Das wirst du mit deiner Waffe Dauerfeuer. Weißt du? Der Shotgun. Ja, aber mit der anderen Waffe. Mit dem Granatweffer. Den benutze ich gar nicht mehr. Schon seit drei Minuten. Ja, ich weiß. Ich weiß. Und jetzt kommt die ganze Zeit schon dieser Sound. Würde mir stinken, wenn ich du wär. Stinkt mir auch. Das nervt. Kannst du mal einen einzigen Schuss mit dem Granatweffer abgeben, damit das vielleicht aufhört? Wo liegt denn der? Ich weiß nicht. Ich glaub der ist schon weg. Ja, super. Das ist... Fähig. Ist er das? Hat er aufgehört? Ja. Nein. Jetzt hab ich grad wieder geschossen. Ja, ne. Das... Man merkt keinen Unterschied. Du einmal schießt oder Dauerfeuer, wenn man es nicht hört. Du gibst eh die ganze Zeit diesen Sound von dir. Und jetzt? Ja, du gibst die ganze Zeit diesen Sound von dir. Das kommt definitiv von... Granatwerfer oder von dir? Ich hab keine... Ich hab... Du benutzt so einen Granatwerfer doch mal! Ja, wo ist er denn? Hinter dir. Wo ist hinter mir? Ich seh nicht mal, wenn ich wo bin. Hier! Da? Wo ich stehe! Ja, du stehst da drüben. Du lagst bei mir gerade richtig durch die Gegend. Ja, und du hängst bei mir da gegen der Wand. Oh. Ach, ja. Zum Glück läuft das Spiel so gut. Ja. Läuft auch auf dem FPS bei mir halt, ne? Weißt du so? Hier, auf der... Auf der Straßenkreuzung. Ja. Mitten... Mitten auf der Kreuzung! Wie kannst du dich übersehen? Das Ding ist, da liegt er bei mir nicht. Bei mir hast du den nämlich noch in der Hand. Ach, ja. Das Spiel läuft so wundervoll bei uns. Ach so, deswegen kann ich den so hoch halten. Ich dachte erst, das wär ein Bug. Wow! Plötzlich macht er einen Überschlag aus dem Nichts. Wann kommt denn die nächste Welle jetzt bitte? Wir sind schon Welle 4. Ja. Und anscheinend ist die auch schon vorbei. Nein, die kommen hier... Die kommen die ganze Zeit Gegner! Okay, ja. Bei mir läuft das Spiel gar nicht. Für mir kommen nämlich auch keine Gegner. Bei mir wird nichts angezeigt. Da war ein einziger, den ich noch getötet hab. Ja, ich hab hier schon drei... Zwei Autos jetzt wieder ausgeschaltet. Ja. Es kommt grad ein drittes an. Wo? Äh, direkt vor dir, glaube ich. Ja, du bist... Oha! Es ist rechts von dir. Joa... Äh, ich glaub nach dem kleinen Mini-Event sollten wir mal kurz eine Aufnahmepause machen und Kishi neugern lassen. Ja, würde ich auch sagen. Wir haben's grad geschafft. Ja. Hast du die Karte bekommen? Die was? Den Indikator, dass wir's geschafft haben. Ja, den Indikator hab ich schon gekriegt. Plus das Event an sich hat bei mir nicht geklappt. Okay. Ja, okay, dann, äh, machen wir mal kurz eine Aufnahmepause. Bis gleich. Bis gleich, Leute. So, willkommen zurück, äh... Kishi hat jetzt reconnected, vielleicht geht's jetzt, vielleicht nicht, äh... Ich glaub eher nicht, aber egal. Ich hab's getestet. Und mein Ping ist mega hoch, wie man sieht. Äh, und ja... Weißt du für Scheiben einzutreten und schaff's nicht? Jetzt. Äh, kommst du jetzt mal runter? Äh, ja, ich komme. Hehe. Ich hab grad 150er Ping. Warst du, hallo? Ich hab mich grad unter Wasser abgekugelt, läuft bei mir. Aua. Ich komm hier grad in Zeitlupe langgelaufen. Mit 8 FPS. Gut. Ich hab mir die Gesundheit verbessert und gleich noch vielleicht ein bisschen shoppen gehen. Dann los. Äh, was zur Hölle ist mit meinem Ping los? Ich weiß nicht. Die spielt Gitarre. Fack. Es gibt keine Gitarren. Bei mir steht's übrigens noch beim Polizeiauto. Ja, okay, äh, mein Ping fackt mal richtig ab gerade. Ähm, ja, ich glaub wir beenden noch mal kurz die Aufnahme. Ja. 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 Äh, ich will ja dafür, dass ich diesen Part einfach rauscutten, den wir grad aufgenommen haben, also. Oder auch nicht. Mal gucken. So Leute, wir sind wieder da. Ich hab Shawa neu gestartet, Kishi ist neu gejoint, äh, es ist plötzlich Tag, äh, ich bin Werwolf und er ist ein nackter Headler. Ja. Ein Headler. Das machst du. Ich bin ein Neidler. Wurf. Du bist bei mir einen Schritt nach vorne gegangen und stehst aber noch immer drauf. He he, ich bin der Son. Und ich hab 123 HP. Irgendwas läuft hier gerade nicht so wirklich. Ja, also bei uns läuft grad überhaupt nicht irgendwie. Obwohl laufen sollte. Ich weiß nicht, was los ist. Hm? Ich weiß nicht, was los ist, aber es läuft bei uns nicht, ob wo laufen sollte. Ich muss die Musik ausmachen, sonst werd ich hier noch gebannt. Nee, das geht schon. Ich darf aber, ne, dann hab ich mal Inhalte von dritten. Das kriegst du auch manchmal durch visuelle Inhalte. Ja, wobei, denkst du das durch die Musik... Ich hab 150er Ping! Auf meinem Server! Ja, läuft bei dir. Egal, YOLO. Ich hab einen 90er Ping. Auf deinem Server. Ja. 130. Mir ist grad einfach so ein Auto verschwunden. Fährst du schon? Ja. Cool, bei mir stehst du rum. Warte mal. Ja doch, du bist schon im Auto. Bei mir stehst du rum. Dazu steckst du aus. Ja, ich wollte wissen, was passiert. Ja, du bist bei mir noch... Du stehst bei mir noch am selben Fleck. Ich hol mir jetzt ein eigenes Auto und fahr da hin. Ach, ja, Saints Row. Saints Row, what the fuck are you doing to us? Ich mein, sonst liegt das Spielballflüssig mit 60 FPS und... Nein, 60 FPS nicht, aber locker 30 und... Habe ich dein Auto gerade gerammt gehabt? Du bist ausgestiegen. Ich steh schon hier vorne. Du stehst da hinten. Ich bin schon da. Bei mir stehst du da hinten rum. Oh mein Gott, Alter. Ich glaub wir sollten lieber nicht aufnehmen, das wird nichts. Ich glaub auch langsam, das wird nichts. Das kann man als Fail-Part noch uploaden, wenn man will. Ja. Aber nicht als normalen Saints Row-Part. Ich hab eine Mission gestartet, weil ich gut gekrügelt hab. Nice. Ja, okay, dann müssen wir das sowieso mit reinnehmen, allein wegen Mission. YOLO. YOLO. Wir könnten auch einfach unseren alten Spielstein laden und die Mission neu machen. Oder wir machen das, ja. Und das bleibt ein Fail-Part. Wenn du wahrscheinlich irgendwann hochladen wirst, aber ich nicht. Ja, stimmt. Ich geb halt meinen Fans alles an Videomaterial, was ich habe. Ja, ich will meinen Fans sowas nicht antun, weil das macht keinen Spaß. Das ist einfach nur grausam. Ich schreib extra Fail-Part dahinter. Hab ich auch schon gemacht bei Sims. Äh, nicht bei Sims. Bei, äh. Bei, äh. Pokémon war es damals. Ja. Also. Ich find sowas unterhaltsam bei Let's Playern. Ich spiele Dart. Ich auch. Ach ne, nicht überspringen und tut mir leid. Ich bin das gewohnt bei Spiels zu überspringen. Kein Problem. Ich bin das gewohnt bei Spiels zu überspringen. Ne, es tut mir leid an die Fans, nicht an dich. Ich weiß doch, es wurde doch nicht abgebrochen, oder? Ne, weil du nicht abgebrochen hast. Genau. Von daher brauchst du dich nicht entschuldigen, ist ja nichts passiert. Ich hab eingegriffen. In dem ich nichts gemacht hab. Ha, Powder ist gut. Ich trink ein Bier durch meine Voicemaske. Und wenn er nicht ist!!! Ahh Shoppen ist immer gut. Ich mit meinen Animehaaren. Ich bin bei einer Wolfsfresse Bei mir bist du noch im Laden drin Alter, bei mir bist du Irgendwo anders Ich weiß nicht, wo du bist Alter, hast du mich Ich wurde gerade aus dem Nichts geschlagen Hör auf mich zu schleichen Ich werde von Geistern geschlagen Flucht Ich bin tot Wirklich? Ja Wie übernehmen? Was zur Hölle? Wo bist du plötzlich? Du bist bei mir in der Wand drin Was zum... No Komm doch raus Ich hab die Geister genommen Was? Wie bist du nach vorne hingekommen? Ich lieg hier Moin Moin Drücke und halte die linke Maustaste Um im Minispiel Katzenmaus wiederbelebt zu werden Äh, ich kann dich nicht wiederbeleben Ich drücke und halte die linke Maustaste Gucken, ob irgendwas passiert Ich kann dich nicht wiederbeleben Was ist jetzt passiert? Weiß ich noch nicht Ich bin in einem Auto Was? Was ist denn jetzt? Was zum... Hä? Ich bin in einem Auto Und ich muss dich mit Raketen abschießen Ah! Ich kann dich nicht treffen, weil du so lagst Gut so, gut für mich Okay, lassen wir das lieber Also Leute, es wird fehlpart Wir gucken mal, weißt du, dass es irgendwann anders wieder geht Und dann machen wir weiter Oh, es tut mir leid, ich musste lachen Ich hab gerade eine Person überfahren Die hat so kaputtgebackt sich Plötzlich habe ich dir Schaden gemacht Kann auch sein, dass ich mir selbst Schaden gemacht habe Tut uns leid für den Blödsinn, dass es hier so failed, ey Wo fahre ich... Du bockst dich durch die komplette Map Nur weil ich's kann... Oh, du hast mich getroffen Oh, du hast mich nochmal getroffen Was, ich treff dich... Was, du hör dich... Oh, das war knapp Ich fahre mal ein bisschen zickzack Vielleicht backe ich mich dann wieder durch die Map Und so kannst du mich nicht mehr treffen Ja, du fährst gerade so... Oh mein Gott, das ist unmöglich zu spielen Oh, ist das lustig Oh, du hast mich gerade gegen... Oh, ich bin... Ja Bist du einfach explodiert? Ja Scheiße, man, Dead Bugs Meine Punkte, 250 Spiele von anderen Punkten Nein, warte Punkte von anderen Spielen Wie hab ich? Null? Du hattest vorher Null Aber ich denke mal, du hast jetzt 350 minder... Ich bin in einem Helikopter! Und jetzt respawne ich nochmal Und... Oh, ach, deswegen Bin die Spiele abgebrochen Hast du das abgebrochen? Nein Was? Es wurde einfach abgebrochen Ich hab dich kaputtgeholt und plötzlich... Hey, you found my car! Hey, you found my car, meins Ähm... Es wurde einfach abgebrochen Das läuft schon bei uns, würde ich sagen Ich meine, yo... Ja, die Gegner treffen mich nicht Wenn ich Aufsehen errege, dann greifen sie mich einfach nicht an Ja, und ich meine, dann respawne ich erst in einem Helikopter Und dann respawne ich nochmal, weil das Minispiel abgebrochen wurde Was ist bei dem Schwarzen falsch gelaufen? Der war unbesiegbar Ich hab 6 FPS Ich hab 24 und mein Ping ist über 1... Wieso läuft er auf der Straße? Straße! Alter! Wie sich der gerade kaputtgepackt hat! Hey, was geht? Du gehst da auf so einer Straße lang? Ja, okay, dann würde ich sagen, wir benden das hier jetzt mal an der Stelle Geilstes Stoppick, Mann! Ah, geilstes Stoppick! Beenden wir das jetzt an dieser Stelle? Ja, ich würd sagen, beenden wir das! Das war einfach nur ein scheiß Failpart! Total behindert, das Scheiß, Mann! Ja, wir gucken mal, ob wir das irgendwann wieder hinbekommen Und vielleicht haben wir ein bisschen Swag, vielleicht auch nicht Und YOLO, haut rein, Leute! Haut rein, tschüss!